Das war's für heute. Auf Kugeln, einschließlich mehr! Reiß dich zusammen! Das Leben ist ein Schützenfest und Versagen steht auf der Abschussliste! Bis zum nächsten Mal! Blackwood kontrolliert mit Hilfe politischer Druckmittel und systematischer Korruption mittlerweile die Öl- und Gasproduktion im Nahen Osten. Wir werden sie Stück für Stück auseinandernehmen. Wir werden die Präsenz von Blackwood ausmerzen. Und zwar völlig! Die Satellitenaufklärung zeigt eine starke Blackwood-Präsenz in diesem Gebiet. Eure Mission ist es, möglichst viele falsche Truppen auszuschalten. Die Satellitenaufklärung zeigt eine starke差不多 die Satellitenaufklärung. Die Satellitenaufklärung zeigt eine starke Brown-Left, die Satellitenaufgaben repräsentieren. Die Satellitenaufgaben wurschtern auf der subd budge. Die Satellitenaufgaben sind aufgerufen und aufgerufen, die Musterrakern aufgerufen. Sie bekommen ein schlaffendes Zusatzkaufgaben durch die Satellitenaufgaben, die Satellitenaufgaben wird geimpft. Sie bekommen ein schlaffendes Schlaff-Gaben an derrollen Bautenaufgaben. Sie bekommen ein Schlaffes-Gef деньги. Dhnager! Ah! Ah! Halt endlich schnell, damit ich dir helfen kann. Du weißt, was zu schätzen. Viel besser. Meine Munition ist alle! Auf! Geht in Deckung! Koi, den make-off! Oh Checkpoint Wiederherstellung und Wiederbelebung abgeschlossen Oh Okay. Das war's. 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 Oh. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Blackwood kontrolliert mit Hilfe politischer Druckmittel und systematischer Korruption mittlerweile die Öl- und Gasproduktion im Nahen Norden. Wir werden sie Stück für Stück auseinandernehmen. Wir werden die Präsenz von Blackwood ausmerzen. Und zwar völlig. Blackwood wird von Öl und Unfrieden angezogen wie Maden von einem Kadaver. Das Lebensblut der Welt steht auf dem Spiel. Blackwood darf unsere Energiereserven nicht kontrollieren. Jedes Anzeichen von Blackwood im Nahen Osten muss ausgemerzt werden. Die Satellitenaufklärung zeigt eine starke Blackwood-Präsenz in diesem Gebiet. Eure Mission ist es, möglichst viele feindliche Truppen auszuschalten. Notratifizierung Munition, Gesundheit und Panzerung regeneriert. Kameraden wieder benehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Versuch, sich zu flackieren und von hinten anzugreifen. Begebt euch für die Evakuierung zum Hubschrauber. Gute Arbeit, Team. Aber es ist noch nicht vorbei. Halten euch für das Missionsbriefing bereit. Gute Arbeit, Team. Dieses Gebiet wird von einem hochentwickelten Mech gesichert. Schaltet ihn mit Raketenwaffern aus. Schaltet den Mech aus und zerstört seinen Energiekern. Zielt auf die Energiezelle auf dem Kopf. Untertitelung. BR 2018 Schaltet den Mack aus und zerstört seinen Energiekerl. Schaltet den Mack aus und schaltet den Mack aus. Schaltet den Mack aus und schaltet den Mack aus. 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 Der Feind hat einen modernen Schlachtfeld-Mech. Schaltet ihn mit Raketenwerfern aus. Schaltet den Mech aus und zerstört seinen Energiekampf. Zerstört die Energiezelle auf dem Kopf des Mechs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schaltet den Mech aus und zerstört seinen Energiekampf. Zielt auf den Kopf. Zerstört die Energiezelle. Schaltet den Mech aus und zerstört seinen Energiekampf. Zerstört die 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 Energiekampf. Ich schaue. Zielt auf den Kopf. Zerstört die Energiezelle. Schaltet den Meck aus und zerstört seinen Energiekern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zielt auf das Kopf jetzt, um den Meck ausfällig zu machen. Zielt auf die Energiezelle auf dem Kopf. Zielt auf die Energiezelle auf dem Kopf. Checkpoint. Wiederherstellung und Wiederbelebung abgeschlossen. Schaltet den Meck aus und zerstört seinen Energiekern. Fast geschafft. Er ist schwer beschädigt. Er ist erledigt. Meck zerstört. Wir schicken einen Hubschrauber zur Evakuierung. Bögen, Eimer. Bögen, Eimer. Bögen. Bögen, Eimer. Bögen, Eimer. Wir brechen in 20 Sekunden auf. Der Countdown hat begonnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017